Dort verstehend. Dort wo er mit ihm zu gehen, hat mein Dad uns das erklärt, wo junge Menschen er verstanden warst. Ein junger Mensch ist verstanden so, als wenn das ganz voll Hacker ist. Wenn er auch ganz klein ist, dann war wir dort nicht gut an. Aber wenn er in der Jugendjahre nachkommt, dann warst ein Hacker besser als das andere. Dann sind ein 14-Jähriger in einer Arbeit so klug und weiß, als wenn er 20 sein kann, und in einer anderen Arbeit so jung und kängig ist, als wenn er auch sein kann. Wenn er dort vor dich noch sitzt, zum Ausfangen, wenn er dort trübelt, dann wirst du dich vielleicht sehr wundern über, wo klug er ist und wo du dich ganz abarm verletzen kannst, dort vor dich zu fixen. Wenn er dort vor dich dann reinwischen soll zu sind, dann brutscht er auf und lässt es plakig schwehen, dass er dort nicht deutlich ist, als ein 14-Jähriger jung noch nicht besser weiß. Dort ist, wenn er dort hoch von sich versteht, was er braucht, um dort vor dich zu fixen, als er voll gewassen, oder dort hoch, was er braucht, um dort vor dich zu schweigen, als er noch nicht, dann musst du ihm dort noch lernen. Meine Mom und Dad, er acht Kinder mit all ihre Partners, in all die großen Kinder werden Taub beendet in der Schule, als Dad uns das erklärt. Wie Kinder können alle verstehen, was er meint, wenn wir hören, meist alle Kinder in der Jugendjahren. Dann, so dass unsere Kinder durch alle Hirten seht Dad zu seine Kinder. Wenn die Kinder sich so abstellt, als ein 18-Jähriger, dann behandelt er ihn so als ein 18-Jähriger. Wenn er sich über so abstellt, als ein 8-Jähriger, dann behandelt er ihn so als ein 8-Jähriger. Die Kinder seien dort vielmals von sich selbst, dass sie so sind, und sie feiern sich verdrisslich mit sich selbst. Wenn wir Eltern dann auch noch verdrisslich wurden, dann wird das bloß schwander. An der Kinder fehlt dort, an dieser Zeit sehr neidig, dass die Eltern ein Leben durchdurch. Die Hormones, Hormones, ändern sehr gut sich am Kind, wenn sie ein scherper Fallwurst und heute ein Morgen wird, oder heute eine Früh wird. Dort ist auch eine Ursache, wenn ein Wort junge Menschen sich vielmals verdrisslich feiern mit sich selbst. Melissa wäre ein seier Leiv-Tool gekennt. Sei haut so'n Charakter, wort Emma seier abhostet, sei er Maame fähnbehandelt, en nicht weideid. Als sei 13- oder 14-Jähr ult wär, funkt er dort mit einmal leicht und te euren, wann ag wird seht. Ag moeigt dort, en sei moeigt dort ook. Sei wisst nicht, wort arich wir mit er. Sei leiv dir euren Maame fehlte sei er, tem de so behaunlen. Dan vertelt ag er dort, dat Hormones so os dat schaffen kun. Ag se, du wir nischt arich mit er. Sei muss bloß do no sein, dat sei ein Leiv bleif, en euren Maame ehe, so os de Bibel leid. Dort schaubt veel beter en gesünder, wann wie onze Kinder ein Leiv doa durchholpen, en es de dol waren do ewa. Dei Kinga fehlte od on de äldren en euren Leiv tem gesünd derch de jügend johren woßen. Du send genüch Menschen ram an se Kinga, wat eent doel warren, en doelraan. En deze Welt waren sei dort genüch moe fehlten, dat menschen eent nicht leifen. Lut in die Kinga dat fehlten, dat ehe Foda en eere Maame en eema woaren leifen. Wann sei en de Welt beisit beleven, lut eent dat eine ding lebestiet klo am Sehen haan. Ein don't wat de Menschen ola seien, ein don't wat de te mi doon, ein don't wat ek o waara aardig gedoen haa, meine äldren leifen mi. Wie eent sie ek seche, wann sei mi ook nach strofen wooren, ober zei wooren nicht dol zijn, zei wooren mi halten. Wann dieine Kinga deze kloor het haan, dan wooren die emma terugkomen na die. Wann sei ze feilen, dat eere Frend en meia leifen, en zei meia vertrauen haap eere Frend ozap eere äldren, dan wooren zei ook meia no eere Frend hoorten ozno eere äldren. Wann sei ober gonsklo erforren haan, dat zei fallet vertruhen tjern haan, dat die äldren nicht dol worden ewa eent, ober emma leif haan, dan wooren zei wel no eere äldren hoorten, wann sei ook maak eere Frend sind. Tjern haan,